Garnische Blut Aber Böses Ding ist weg Und kommt wahrscheinlich nochmal wieder Wer weiß Oh, jetzt ist der kleine Bruder sauer Auf das Mädchen Boah, der Hintergrund sieht aber auch geil aus Das ist gut Gut Ist Nein Nein Okay Das erinnert mich in etwa An Die Spinne Aus Herr der Ringe Ja 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 Oh. Okay. Hey, nicht cool. Hey! Ha? Zieh der... Wieso kannst du den... den verdammten... Dings da rausziehen? So. Ja. Ja. Und... der voll. So. Komm. Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh. 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 Gar nicht gut. Oh. 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 der Seelen erreicht oder was es auch immer ist. Den wunderschönen Baum. Oh, tut mir leid, das war jetzt nicht extra. Mach! Naai, Mafi, Leita, Laura. Malila, Aethi? Was? Wir laufen jetzt alleine? Gegen die Zeit. Um unseren Bruder zu retten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für... Es gab irgendwo eine Mythologie, wo Spinnen sich in Frauen verwandeln. Aber ich kenne die nicht mehr. Komm, auf nach oben. So. Da ist... Das Wasser des Lebens. Ich weiß es jetzt nicht. Falls einer Seven Deadly Sins geguckt hat. Anime-Serie. Da kommt so etwas Ähnliches drin vor. Das Wasser was vom Feen vom Wald. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, wenn das Wasser halt weggeht, dann... Verdorrt der Wald. Oder so. So. Schnell da hin. Und gib denen das Wasser. Das Wasser ist jetzt nicht mehr. Maya! Scheiße! Maya! 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 Maya!